Was machen wir da jetzt? Noch mal rein hier. Ich habe da eventuell eine Idee. Mit dem Spot können wir jetzt hoch. Oh, voller Spot entdeckt. Juhu. Jetzt können wir die Hautsee abbrannen. Dann können wir mit den Kugelspots auch drüber. Wahrscheinlich die beiden Näschen. Der arme Drache. Das war heiße Kost. So, jetzt den Schlinker. Atemloch. Kommen wir da oben raus. Was ist denn? Können wir mal? Ist das Nasenloch rein oder was? Eine Tafel oben ablenken. Okay. Und wenn? Die Hautsegel muss nur noch verbrennen oder was? Ich versuche es mal. Hautsegel verbrennen hat bisher geklappt. Wenn es mir sehr leid tut für die Drachen. Teil seiner Haut zu verbrennen. Das muss ja wehtun. Der Mommerspot kommt da nicht hoch. Äh, der Fünferspot. So, Feuerspot. So, Feuerspot. Geil. Na komm. So geht es doch bestimmt. Eire verbrannt. Au. Okay, haben wir da raus. Da kommen wir raus. Okay, jetzt ist das Loch frei. Und jetzt können wir. Wahrscheinlich über das da rein kugeln. Könnte klappen. Svenity. Links rein. Nicht. Richtig. Wie geht es doch raus? Oh und jetzt hier rein. Nicht? Na komm. Ja, runter hier. Mhm. Ok, wie sonst? Können wir jetzt nicht runter oder was? Das wäre enttäuschend. Ja, runter. Splitter. Und dann den Splitter. Hm. Was machen wir jetzt? Hm. So, vielleicht nochmal lang. Okay. Ok. Ich zweifel nochmal mit Dreamy weitermachen. Vielleicht können die hier irgendwie... Was machen wir da irgendwas machen? Ich weiß nicht. Ich bin ratlos. 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 Okay. Ich bin ratlos. Gut gefragt. Ich bin ratlos. Ich bin ratlos. Ich bin ratlos. Ich bin ratlos. Dann kommen wir jetzt mehr weg. Ich bin ratlos. Gefallen auf ewig. Aufstehen ist ja schon. Ja. Ich bin ratlos. Ja. Ich bin ratlos. Ich bin ratlos. Ich bin ratlos. Ich bin ratlos. das ist mal was eingefallen eventuell haben wir eine spotform jetzt ein bisschen sträflich vernachlässigt eine spotform die wir hier noch haben Sekunde, wir können doch hier bestimmt alles drachen maulen wie wäre es denn damit? wir haben doch noch hier hier rechts ist Atom noch wir haben doch hier noch den Frosch Spot so der kann hier durch vielleicht kann er auch da hoch wir haben da ja schon den Felsen hier raus gezogen vielleicht gelingt es uns jetzt den Splitter auch raus zu ziehen das sieht gut aus sieht sehr gut aus und ziehen sehr gut ihr schafft es Splitter ist unser SPOTTI 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 YOU DO DIT Ach, das ist der, den wir gesucht hatten, haben wir ihn jetzt gefunden. Wie hieß da nochmal? Der über den Thron sah Bescheid weiß, was ihn hinführen könnte. Wie hieß das? Janus! Rémy! Wie hast du das gemacht? Es war einfach. Spott hilft. Hast du den Thron? Es ist hier. Es ist so klein. Ich dachte, dass es größer wäre. Ich hoffe, dass es das zu machen würde. Oh, ja. Die falsche Könige ender wird. Willst du den falsche Könige? Natürlich. Welchen Teil der Rebellion hast du nicht verstanden? Was für eine falsche Könige? Ich dachte, Janus wusste die Weg zur Throne Room. Ich glaube, das. Weil er hat die Schärd. Bist du verrückt? Die schädelte Sache funktioniert nicht. Gib es mir, bitte. Für den großen Rebellion, zeig uns die Weg. Warum das Mumbo-Jumbo? Gib mir das Ding. Das ist ein Splitter von einem. Das ist ein Splitter-Splitter. Das ist ein Splitter-Splitter. Ja. Wie schon in Alice in Runderland gesagt wurde, weg bist du es noch nicht. Ich hätte jetzt gesagt, er ist noch nicht Alice, er ist noch nicht der König. Das ist verrückt. Hey, großartig! Ich wollte immer eine Königin sein. Kann ich auf die Rübe auf meine Krone? Das ist kein Spiel, Rini. Du weißt, was bedeutet, dass es sich der Königin des Silens? Oh. Dann würde ich lieber wiederum sein. Huh? Was bist du? Wenn du die Königin bist, was das macht mich? Sie Gestor, was noch? Mein Bruder natürlich. Rini, wenn du die König des Silens, das bedeutet, dass das alles nur deine imagination ist. Ich bin nur ein Charakter, in deinem Traum, wie alle anderen. Du weißt, was ich spreche. Sadwick! Ja, yippie! Du bist mein Sadwick! Hm, der Gestor. Der Wurfner. Ist das etwas Schlechtes? Ja, ich habe das Gefühl. Du weißt, ich habe das Gefühl, dass wir uns fragen müssen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns fragen müssen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns fragen müssen. Wir haben uns geholfen und helfen Rini den Thron, wenn es unser Bestand ist. Was? Nein, 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 nein. Wir werden nicht ausgerissen. Wir finden Shana, wenn der Sonne rüben. Dann bekommen wir unsere Propheze. Aber bis dahin... Keine Spekulationen. Geh ein Rest, alle von euch. Ich werde aufhören. Kapitel 2. Kapitel 2. Kapitel 2 abgeschlossen. Kapitel 2. Kapitel 2 abgeschlossen. Auf nach Corona. Kapitel 3. Kapitel 3. Kapitel 3. Kapitel 3. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Wow! Kalamar, mein Haus. Amazing! Oh ha, this is a good one. Die Stadt ist verloren. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, ja. Ja. Okay. Was wollen wir tun? Was? Äh, was? Hey! You probably didn't know, but I'm the queen. The real one. And so I'm already... Go away! Hm, I thought being queen would be my... My... I don't know. Nothing for you there. That's your last chance to leave in peace. Uh, okay. Come on, who are you? Uh... 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 Can we do something? There's already an indication. Uh... Uh... What? What? Uh... Uh... We can somehow build a wall with the side... Bauen Okay Okay der Seil wird wohl so leicht nichts. Oh langer Seil. Mit Schlaufer. Vielleicht nehmen wir das. Oha. Jetzt schnell. Oh. Okay. Game over. Alle tot. Okay. Uh. Und er, das ist alles zu sagen, hier. ok jetzt haben wir jetzt reagieren aber wir waren nur zu langsam festzorren und jetzt hier na komm festbinden das ding da steht der clowns artist ich bin nicht gut in diesen aufgaben und das war schon fast na komm er ist gleich drinnen ach Junge daran darf es doch jetzt nicht mangeln daran darf es jetzt nicht scheitern und in die Mitte und Junge holifuck vielleicht klicken vielleicht klicken die Möglichkeit ich verstehe dieses mini spiel nicht ich verstehe nicht wie ich das mache da hast du bisher eher zufällig hingekriegt so jetzt und nun das Seilkappen sehr gut ein Finger ziehen so sch ich warnte ich habe es bist du okay? ja ich bin gut wir können jetzt weiter wir sind wirklich in der Clare wie hat sie das gemacht? sie ist die Queen egal wir kommen zu der Stadt der Arme hängt jetzt am Boot zuscht jetzt den Dach hinab ich frage mich, wie tief das Wasser ist Sadwick kommst du? ja ja das war ein richtiger Sadwick das war nicht der letzte Suche das war nicht der letzte Suche das war nicht der letzte Suche cool The Seekers will tear us apart when we set foot on that bridge that's why we'll use a bomb as a distraction come on madness come on Noah let's go what are you talking about? I am Sadwick just come on Countdown has begun ah die Spürbombe die war fremd die war fremd die war aufgezogen die war aufgezogen na toll das ist die Brücke gesprengt und einer ist tot scheiße ha ha see told you so das war eine schlechte Idee das war eine schlechte Idee ich weiß ja nicht das sieht gefährlich aus können wir einen Spot rüber werfen mit dem du denkst du ich dich da könnte da so na das so die 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 Hm, Spot geht schon mal rein. Aha, und nun? Äh, ah! Jetzt muss ich noch erschweren und dann drauf packen. Na komm. Schaffst du das? Jetzt riech... Ja, was denn? Mhm. Ach, der Brunnen. Da musste ich erst mal... Natürlich. Und jetzt? Du riechst weit vorne. Und hopps. Du riechst. 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 Aha, verstehe. Du riechst. Du riechst. Du riechst. Du riechst. Du riechst. Du riechst. Ich habe schon so einen Verdacht, einer muss zurückbleiben, nein, wir können nicht Spots drüben lassen. So, ich muss da drüben bleiben. Okay, der ist der schwerste. Der muss vielleicht als erstes. Das ist wahrscheinlich der zweitste. Der Spot kann als letztes hüpfen. Da kommt Spot. Spot! Nein! Spot! Gibt es nicht noch eine Flugform von Spot? Und auch Spot nicht zurücklassen. Nein! Spot darf nicht! Nein! 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 Du schaffst das! Ja komm! Kann sich aufpusten und ein bisschen schweben. Aufpusten und schweben. Ja komm! Nein! Nein! Oh nein! Ich hab ihn! Spot! Wir müssen Spots haben! Er schwebt in der Wasser. Er wird überleben. Komm! Komm! Das sind Spots! Wir müssen uns auf dem Port. Okay? Okay! Ich kann noch nicht Spots zurücklassen. Hey, ich bin nicht über deine Leute. Ich will nach Tishana. Nein! None dich algún's going to stop you!